Dann macht er die Verrückte. Liebe Freunde und als nächstes möchten wir euch natürlich auch eine interne Attraktion zeigen. Also eine interne Ermittlung ist wieder was ganz anderes. Aber wir machen jetzt mal eine interne Aktion. So, ja, ja, Hut, Hut, auf der Hut, auf der Hut, auf der Hut, auf der Hut, auf dem Hut. Ja und zwar, wenn man wartet hinter der Bühne oder so, da kommt man meistens auf total schwachsinnige Sachen. Und die möchten wir euch jetzt mal zeigen. Und zwar, die Lili Hulunda, die ist ja auch ein sehr sportliches, junges Ding. Und die möchte ich jetzt euch was präsentieren. Und wir werden das dann akustisch unterlegen. Der André Sneer, der fängt jetzt mal an mit einem Trommelgirbel. Der wichtig ist, dass ich hier was zum Schafott hier. Was wichtig ist? Und das wohl! Ja, wir sind ein Radel da. 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 Dankeschön. Das ist 100, Komet. Liebe Wunder, dein Applaus. Danke. Wir waren vor ein paar Wochen im Münsterland auf dem Schützenfest. Damals immer so richtig beim Bock gekriegt. Da haben wir, ich glaube, wie lange waren es? Irgendwie knapp 20 Minuten gespielt. Und da musst du sie dann auch 20 Minuten strampeln. Hat dann hinterher ein bisschen Knatsch gegeben. Aber da muss man dann einfach durch. So, Liebe Wunder. Normalerweise machst du das noch in zwei Meter Höhe. Aber wir machen das mal heute ebenerdig. Und mit dem nächsten...